Seit 2014, 2015 herrscht im Osten vom Land, im Donbass, Krieg. Also anders kann man es nicht sagen. Und dann kommt der Krieg näher. Also viel näher, als wir gedacht haben. Die Menschen auf der Flucht, die kommen diesmal nicht aus anderen Kontinenten, sondern eben auch aus Europa, aus der Ukraine. Der blutige Krieg von Wladimir Putin zeigt uns, dass Frieden kein Durchzustand ist und dass man sich immer wieder dafür einsetzen muss. Mit dem Fokus auf die Ukraine reden wir mit Klaus Petrus aus der Surpreis-Redaktion. Hallo Klaus. Hallo. Weil wir ja auf Facebook miteinander befreundet sind, Klaus, möchte ich schnell einen Inhalt thematisieren, den ich gerade letztens bei dir gesehen habe. Ein Bild von dir, wo du gerade unterwegs warst. Und übersetzt aus dem Englischen, der Krieg trifft die Verletzlichsten immer am Härtesten. Dazu eine Ankündigung, dass du bald eine Reportage veröffentlichen wirst oder an einer Reportage dran bist. Man muss ja sagen, du schaffst ja nicht nur für Surpreise, sondern du bist ja auch noch viel in Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs. Wir haben gerade in den letzten Nummern auch über Bosnien gesprochen. Vielleicht kannst du uns aber trotzdem sagen, was ist das genau für eine Geschichte, die du da gerade am Machen bist? Es sind tatsächlich mehrere Geschichten, aber die Geschichten gehen eigentlich immer um Ja, das habe ich eigentlich mit dem Podcast ein bisschen angedeutet, um die Leute, die am Verletzlichsten sind. Und da kannst du jetzt, egal wo, in welchem Krisengebiet, sind es immer die älteren Menschen, auf der einen Seite, und natürlich Kinder. Und in diesem Fall ist es so, dass unglaublich viele junge Frauen mit ganz jungen Kindern unterwegs sind. Wie man ja gehört hat, in der Presse müssen die Männer zwischen 18 und 60 in der Ukraine bleiben. Die werden ins Militär eingezogen. Und das führt aber dazu, dass die Frauen allein sich sind mit ihren Kindern. Und das hat eigentlich auch das Bild geprägt von all den Geflüchteten, die von der Ukraine jetzt in dem Fall über die ungarische Grenze sind gekommen. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dass sind sehr viele ältere Menschen, die zum Teil auch allein sich unterwegs sind, oder als Paarli. Und Mox hat einfach auch in der Situation recht typisch, wenn ich das jetzt so so darf sagen darf, dass genau die beiden Gruppen eben zu denen kehren, die eigentlich ja immer sehr stark zu leiden haben, weil sie kennen und von sie küsse halt nicht viel machen. Sie sind sehr stark auf andere Leute angewiesen, ob das jetzt ganz kleine Kinder sind, oder ältere Menschen. Und die Art von Abhängigkeit oder angewiesen sind, macht sie, glaube ich, wirklich noch verwundbarer, was sie ohnehin sind. Also das wird so der Fokus sein von dem, wo du da gerade am Arbeiten bist. Ich möchte ganz kurz, bevor wir auf deine Erfahrungen von der ukrainischen-ungarischen Grenze kommen, wo du da warst, erst gerade kürzlich, noch schnell Bezug nehmen auf den letzten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben. Dort haben wir nämlich über Bosnien gesprochen. Das ist auch ein Ort, wo du viel bereist hast. Und jetzt hört man ja immer wieder, was ja eigentlich nicht stimmt, dass das ja der erste Krieg ist in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Und man verblendet teilweise einfach den ganzen Balkankrieg aus. Wie geht es dir damit, der ja gerade so ein bisschen einen Fokus hat auf den Balkan und Balkanregionen? Ja, man muss sagen, es ist ja nicht nur der Balkan, es sind die Kriege in Aserbaidschan und Armenien und und und. Also das ist wirklich, genau, das ist wirklich eine Art von Usblendung. Aber ich glaube, wir haben es, du legst mal im Podcast, auch schon genau über das gehört, nämlich die Tatsache, dass, ja, was ist einem eigentlich näher oder weiter weg? Und oft ist das gar nicht geografisch gemeint. Oft sind das eben Bilder im Kopf. Und der Balkan ist so etwas, wo man schon dann in den 90er Jahren das Gefühl hatte, das ist eigentlich wieder weg. Das hat mir weiss nicht so viel zu tun. Die haben da ihre Probleme seit ewig schon und jetzt bricht das Aussen. Es ist etwas Komisches. Heute noch erlebt, hat man die ganze Sache dann in dem Moment, wo viele Geflüchtete in die Schweiz sind gekommen, wo man Menschen von sich hatte, die hat kennengelernt und so weiter. Aber vorher ist das etwas recht Abstraktes gewesen. Und oft hat es wirklich auch mit der mit der Medioperichterstattung zu tun, wo Krisenherden oder Regionen dann halt weiter wegschiebt von uns oder näher dran. Und jetzt bei der Ukraine vielleicht zum Teil eine Überraschung, muss ich sagen, auch für mich, passiert das, dass das Land, oder muss man es genau sagen, ein Teil von dem Land, nämlich der westliche Teil, sehr nah an ein Strag geträgt wird. Und durch diese Nähe, diese Nähe schafft man natürlich auch menschliche Gefühle, also Empathie, Solidarität und dergleichen erwächst in der Regel durch Nähe. Es hat etwas Überraschendes, muss man sagen, auch durch die Medioperichterstattung, gerade für mich, wenn ich daran denke, ich war im Osten von der Ukraine, im Donbass, und über die Region reden wir jetzt in dem Sinne nicht. Also das ist wieder eine Region, die einem ein bisschen weiter weg ist, weil man das Gefühl hat, ja, das sind die Separatisten, die sind eh pro-Russisch und alle Leute sind da, was überhaupt so gar nicht stimmt, aber das ist so eine Region, die dann wiederum weiter weg ist und man nicht konkret assoziiert mit der Ukraine. Jetzt ist eher Kiew und das ganze Bild, was um Kiew herum geschaffen wird mit dem Selensky als eine Figur, die mittlerweile fast so einen rohen Status in der westlichen Presse hat gekriegt. Also da kommen ganz viele Mechanismen zusammen, aber ich habe wirklich das Gefühl, oft passiert das durch Bilder im Kopf, die einem an den Ländern, Menschen, Schicksal und ähnliche Sachen einfach näher sind oder weiter weg. Das ist ja genau dein Fokus bei deinem Arbeiten, wenn ich es einmal richtig verstanden habe. Du bist ja genau der, der vor Ort geht, um mit den Menschen zu sprechen und gar nicht immer die geopolitische Noten immer hineinbringen will, sondern auch mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Übrigens über Bosnien, da wollen wir jetzt nicht mehr weiter darüber sprechen, das könnt ihr gerne nachhören. Die letzte Folge hier im Surpreistag war sehr intensiv. Du warst in der ungarisch-ukrainischen Grenze, Klausen, hast mit den Geflüchteten gesprochen. Was waren deine grundlegenden Erfahrungen? Es ist natürlich Not, Elend, Angst, was mir da so in Sinn kommt. Was erzählen wir von deinen Eindrücken? Erstens, es kommen viele Leute an die Grenze. Nicht so viele Leute wie nach Polo, weil da sind die grossen Städte, die Williöf sind viel näher an der Grenze, hier ist es weiter weg. Die meisten kommen von Kiew oder Karkiv, aber auch von Odessa oder Uschgorod, das ist eine grässere Stadt in der Ukraine an der Grenze Richtung Ungarn und mein Eindruck ist, dass momentan jedenfalls noch der Grosste von den Leuten kommen und die haben mehr oder weniger ein klarses Ziel. Das heisst, die haben irgendwelche Verwandten, Bekannte in anderen Ländern, das können Nachbarländer sein, aber auch zum Beispiel Deutschland oder Österreich vielleicht auch die Schweiz und die wollen direkt da hin. Das heisst, die kommen in Sahoni zum Beispiel an, das ist der einzige Grenzort, der einen Bahnhof hat, die kommen mit den Zügen an, die werden da registriert, also die Pässe werden angelügt und nachher haben die eigenen Interesse relativ schnell den nächsten oder übernächsten Zug zu näher Richtung Budapest und von da uns nachher zu den Leuten zu gehen, die sie kennen oder die sie unentschuldig finden. Das ist momentan, glaube ich, die Mehrheit, es gibt allerdings, das muss man sagen, Leute, die ankommen und keinen Plan haben, wohin. Und die sind entsprechend einer schwierigen Situation, muss man sagen, vor Ort. Was ich jetzt gesehen habe, ist super gut organisiert, es sind viele Hilfsorganisationen da, die den Leuten unmittelbar Hilfe anbieten. in Sahoni zum Beispiel, die Gemeinde Turnhallen in ein Masernlager umfunktioniert, die können in der Nacht oder zwei bleiben, bevor die Sterben zum Beispiel mit dem Zug nach Budapest gehen oder Helferinnen in einem Platz im Auto anbieten und auf dem Weg nachher Ausumgang draus gehen, in ihre Länder, was ihre Bekannten und Verwandten haben. Niemals werden Kriege nur auf Schlachtfeldern geführt. Sie spielen sich immer auch in den Köpfen der Menschen ab. Dabei entstehen Feindbilder selten über Nacht, sie sind vielmehr das Produkt einer ausgefeilten Propaganda, die sich alteingesessene Vorurteile zunutze macht. Es gibt ja viele, die auf Polen gönnen, an die polnisch-ukrainische Grenze, warum bist du an die ungarisch-ukrainische Grenze gegangen? Also es gibt einen Plattengrund und einen, der fundierter ist. Der Plattgrund ist genau der, was du sagst, es ist unglaublich viel schulter in so polnischen Grenzen. Und es gibt auch ganz viele Berichterstattungen. Weniger wurde von der ungarischen Grenze geperichtet. Das ist der eine Grund. Der andere Grund, jetzt schon angeteilt, der Balkan ist für mich eigentlich so zu einem Schwerpunkt geworden. Und ich habe oft die Flüchtlingspolitik gerade in Ungarn, Serbien genauer angelegt, wie auch immer und immer wieder vor Ort gewesen. Und mich hat einfach auch interessiert, wie das Land, wie Ungarn, das in den letzten Jahren nicht geglänzt hat, durch eine sehr freundliche Migrationspolitik, mit der Situation, mit der Akutsituation um. Und es ist tatsächlich so, dass es schon einen gewissen Widerspruch gibt, wenn man so will sagen, der Orban hat sich an diesen Grenzorten gezeigt, der Ministerpräsident von Ungarn und war sehr offen, dass die Leute willkommen geheißen, also wirklich eine Art von willkommen Kultur an den Tag gelegt. Es ist sehr wichtig, das so zu präsentieren über der EU. Und auf anderen seiten setzt der Orban und seine Regierung sehr kritisch und rassistische Migrationspolitik weiter fort, wenn es um Geflüchtete geht von anderen Ländern, wie eben nach Ostern, Pakistan, Syrien, Irak, Pakistan, Afghanistan. Und die zwei Seiten der jetzigen Flüchtlingspolitik hat mich interessiert. Und das ist etwas, was ich in einem oder anderen Artikel fokussieren werde. Du hast vorher erwähnt, was uns näher ist und was uns vielleicht weiter weg scheint. Aber da ist es ja schon spannend. Da wissen wir eigentlich so, wie die Migrationspolitik von einem Land aussehen hat, über Jahre hinweg, und das sehr restriktiv war. Und jetzt auf die offenen Arme, was ja im Moment von der Not auch wichtig ist, das will man ja gar nicht in Abred stellen, aber ist da irgendwie, also erkennt man da irgendetwas an Logik dahinter, ist das, weil man selber Angst hat, dass man auch zu einer Kriegszone werden könnte, weil es gerade so unberechenbar ist im Moment, was denkst du? Also letztendlich ist es ja wie eine Zweiklassengesellschaft von, du hast es mir in einem Vorgespräch gesagt, es ist wie Zweiklasse von Geflüchteten im Moment, oder? Ja, tatsächlich, unter dem Aspekt kann man es anschauen. Es ist schon wichtig, was genau die vor gesagt und das ist eine akute Hilfe und da gibt es irgendwie gar nichts zu relativieren und jedes Land, das die entsprechende Solidarität zeigt und die Absicht in Handlungen umsetzt, das ist unglaublich wichtig und das ist ein ganz wichtiges zentrales Zeichen. Es ist mehr als nur eine Haltungsfrage. Das stellt man überhaupt gar nicht in den Abred. Aber es ist schon so, wie du euch angedeutet hast, der Unterschied fällt auf und ich habe momentan eigentlich nur Mühe gemassen. Also eine Sache ist sicher die, dass es gibt enge Verbindungen zwischen wirtschaftlichen und russischen Ungarn und Ukraine. Es gibt ja viele Leute in Grenzgebieten die arbeiten auf der einen Seite und wohnen auf der anderen Seite. Es gibt also eine Art Verbundenheit die ist unbestritten da zum einen. Und zum anderen bin ich selbst effektiv gespannt was passieren würde, wenn das Ganze immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen und nicht wissen wohin. Also wie ich vorhin sagte, die meisten die kommen wissen wohin und wollen weg. Und ich habe fast niemanden getroffen der in Ungarn bleiben will. Wohingegen wenn die Geflüchteten kommen über die Grenze und nicht wissen wohin, dann wissen wir aus Erfahrung , dass die Leute eher an der Nähe von ihrem Land bleiben, was sie flüchten müssen. Weil sie die Hoffnung haben, sie können wieder zurück. Oder weil eine Nähe zum Land Sicherheit gibt, Stabilität, also in psychologischen Sinn, das weiss man. Und dann würden viel mehr Leute aus der Ukraine in Ungarn bleiben. Und dann wird sich wieder die Frage stellen, wie Orbans Migrationspolitik reagiert. das ist also so ein Knackpunkt. Das war damals schon 2015 genauso. Der Orbán und seine Regierung hatten so lange nichts gegen Geflüchtete gehabt, als dass die Ungarn einfach als Translite Land abgelügt und die leiden einfach durstig und weg. Aber sobald sich das vor der Grenze gestaut hat, wurde ein Problem und die Migrationspolitik hat in dem Tacken von anderen umgeschlagen. In der Schweiz wurde viel gespendet wurde, Spenden Aufrufe sogar privat, aber nicht nur Geld, sondern auch Decken und andere Sachen. Hatte dem noch was an der Grenze Sind Hilfsgüter angekarrt worden? Hast du da einen Einblick gehabt? Ja, da kommt eine Menge Bus von irgendwo her und die bringen Hilfsgüter und es ist tatsächlich so, dass ich die Gürtel zum Teil schon stapel und wenn ich so darf sagen, also das hat wiederum mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe, jetzt kommen die Leute und wissen, woher das wollen, das heisst, die bleiben da gar nicht, das muss niemand in der Nacht in der Hälte ausschauen und ist auf den Schlafsack angewissen momentan. Wie gesagt, die wollen einfach weg, die kommen mit ihren Koffern und das passiert auch alles relativ schnell, nächster Zug und so weiter. Aber es kann sich ändern, wenn die Situation anhalten und die Leute kommen und ratlos an der Grenze sind und nicht weiter wissen. Natürlich sind ständig genau solche Sachen angewiesen. Aber zurzeit habe ich den Eindruck, ist das nicht unbedingt zu dringend stehen. Ich kann mir viel mehr vorstellen, dass Hilfsorganisationen an der Grenze in der Ukraine viel mehr auf Infrastruktur angewiesen sind, um die Leute, die kommen, relativ zügig und problemlos weiterzuleiten. Das kann ich mir eher vorstellen, dass finanzielle Mittel fehlen. Feindbilder auf beiden Seiten werden bis heute auch in die Schulen hineingetragen. Dazu kommt die Propaganda aus dem Fernsehen und Rundfunk. Orte, wo sich die Kinder und Jugendlichen gemeinsam treffen und kennenlernen können, gibt es nicht. Das würde womöglich helfen, Vorurteile abzubauen. Klaus, ich würde gerne noch schnell in die Vergangenheit gehen, auch wenn das sehr aktuell ist und wichtig ist, was wir besprechen. Du hast die Ukraine schon länger im Fokus. Du hast es vorher erwähnt, Ost-Ukraine. Das ist der Ort der Ukraine, der eher fern ist, die umgekämpfte Gebiete schon seit Jahren sind, die Separatisten pro-russisch sehr markant sind. Man weiss auch dort, dass russische Truppen schon länger stationiert sind. Mein Eindruck, und ich kann es wirklich aus der Fähne beurteilen, doch immer auch so kriegsähnliche Zustände sind. Der Krieg, der jetzt ist, hat man den Eindruck, der sei schon länger am tun, immer wieder im Geheimen. Wie würdest es du beschreiben? Ich würde einen Schritt weitergehen, ich würde nicht erfahren, dass es im Keime passiert oder dass es so ein bisschen schwelt. Seit 2014, 2015 herrscht im Osten vom Land, im Donbass, Krieg. Also anders kann man es nicht sagen. Wenn man da ist, da gibt es Schützergräben, da gibt es Stellungskriege, da gibt es Sniper, also Scharfschützen, dazwischen gibt es eine Grauzone, wo alle zwischen den Fronten sind oder entlang der Front lebend. Da wird auf zivilischer geschossen. Das ganze Programm, natürlich kann man immer über den Ausmassfackkrieg reden, aber es ist eine Tatsache, dass sich 2014 die Menschen im Osten vom Land, und das macht eben, wenn man alles in den Blick nimmt, fast ein Viertel vom Land aus, unter permanenten Kriegsähnlichen Zuständen leben. Das heisst, die haben keine wirtschaftliche Sicherheit da, die haben keine soziale Stabilität, viele sind gegangen, die, die zurückbleiben und müssen bleiben, weil sie einfach buchstäblich keine Alternativen haben. Ich habe da im Übrigen auch für die Türpreis einen anderen Reportage gemacht über eine nassjährige Frau, die in der Grauzone quasi zwischen den Fronten lebt. Eine von noch wenigen Menschen, auch das, vorwiegend alte Menschen, die da müssen ausserhaaren, das ist kein Leben. Und das ist etwas, was man sicher derzeit einfach ausserblendet hat. Ich selbst habe auch gemerkt im Gespräch, dass viele, die jetzt den Fokus auf die Ukraine legen und denen gar nicht bewusst ist gewesen, dass es eigentlich die andere Seite da noch gibt, im Muster, wo der Krieg zum Alltag ist geworden. Es gibt die Schülkinder, die an der Front aufwachsen und für die Sirenen, Schüsse und so weiter einfach zum Alltag gehören, also zum unerwachsenen Alltag sogar gehören. Und das sind schon Situationen, weil man einfach ausgeblendet hat und war jetzt so der Mängel überrascht und sagt, ja, das ist ja in dem Sinne, hätte es ja das irgendwie da schon gegeben, ja, tatsächlich ist das so. Man hat es einfach ein bisschen ausblendet, also aus unserem Blickwinkel betrachtet. Du bist da gewesen und hast natürlich eben nicht, also Geopolitik kann man wahrscheinlich nie ganz ausblenden in Krisengebieten, kann ich mir vorstellen, aber du hast dort sich vor allem mit den Menschen unterhalten, die in dieser unmöglichen Situation leben müssen und wie müssen auskommen mit dieser Situation, oder? Ja, absolut, also du hast recht gesagt, also das Geopolitische ist natürlich immer im Hintergrund, aber ich denke schon, es ist wichtig, auch versuchen, die Perspektiven von diesen Leuten inzunehmen, also wie das geht, wenn man da hin kommt und ich muss sagen, also die Leute, die man da eben am Donbass trifft oder entlang der Grenze in der Grauzone vorwiegend ältere Leute und schlussendlich ist denen die grosse Politik mehr oder weniger egal, weil sie einfach ganz andere Sorgen haben, also sie müssen ihre Herzen verkaufen, sie müssen versuchen zu überleben, sie versuchen sich zu organisieren und da gehört man so oft der Satz sinngemäss, es ist mir völlig egal, wer den Krieg gewinnt, Hauptsache er hört auf und das sagen Leute, die den Satz seit 2014 bis heute und jetzt sind sie wieder unter massiverm Beschuss, aber der Beschuss hat nie aufgekehrt, also da hast du ganz viele Leute, die jetzt von ausser her, wenn man es so geopolitisch würde, würde man sagen, die haben alle so prorussische Ansichten, weil sie im Osten sind und die reden natürlich auch alle russisch und haben russisches Radio und russisches Fernsehen und russische Literatur und russische Buche und, aber wenn man da genauer hinschaut, ist das für die Leute nicht relevant, also die Kategorisierung, da ist der Osten und da ist der Westen, sondern es geht einfach um handfeste Sachen, gerade mit den Adelien, es geht um die Rente, wer zahlt deine Rente, wie käme es zu ihrem Essen, wie käme es zur medizinischen Versorgung, also das sind die primären Probleme und die Probleme hast du eben genau darum, weil seit acht Jahren das schon ein bisschen herrscht. Über deine Erfahrungen, die wir jetzt so ein bisschen thematisiert haben von der ungarisch-ukrainischen Grenze, lesen wir jetzt nicht direkt im nächsten Hift, aber ich glaube, es ist da schon noch etwas in Planung für die übernächste Nummer, gell Klaus? Genau, wir versuchen, uns an den Schritt zwei zurückzutreten und zu schauen, was eigentlich so passiert, ab dem Moment, wo man über Kriegen berichtet und eben einen Fokus legt auf einem bestimmten Brandherd, sage ich jetzt einmal, wie ich es vorher schon gesagt habe, das ist richtig und wichtig, aber oft macht man das gezielt oder unbewusst unter Ausblendung ganz anderer Faktoren und wir haben es jetzt gerade von einem gekannt. Also der Fokus, wenn man sagt, sowohl auf Kiew passiert momentan oft in den Medien, nicht überall, sicher nicht, aber oft in den Medien unter Ausblendung zum Beispiel von dem ganzen Konflikt, was im Donbass seit acht Jahren passiert und wir gerne die Möglichkeit nutzen, weil wir ja kein Newspaper sind, Schritt zwei zurückzugehen und vielleicht da einen anderen Blick darauf zu werden. Klaus, danke für das Gespräch. Ich danke dir. Der Sürpreistag von dieser Woche und zwar vor der Heftveröffentlichung von Heft Nummer 521. Diesmal, das ist glaube ich ein Nobum beim Sürpreistag, ist es für einmal eben nicht um einen Text gegangen im Tag selber, sondern einfach aufgrund der Aktualität natürlich um den Krieg in der Ukraine und da haben wir, wie ihr jetzt gerade gehört habt, ein bisschen Know-how in der eigenen Reihe mit dem Klaus Petrus, wo zum Beispiel die Ostukraine sehr häufig schon bereist hat und jetzt gerade letztlich auch an der ukrainisch-ungarischen Grenze gewesen ist. Über seine Erlebnisse und über das Thema wird es aber sehr, sehr bald in einem Sürpreis-Heft dann etwas zu lesen geben. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr die nächsten Ausgaben einen Weg alle euch geholt holen. Wir freuen uns auf aufmerksames Lesen und Rückmeldungen natürlich auch für den Podcast und ich sage an dieser Stelle danke vielmals, macht es gut und bleibt gesund. Am Mikrofon der Simon Berginz. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.